...ist erneut passiert. Ach, Herr Freit, fahren Sie fort. Ist so spannend. Es ist 14.30 Uhr am Tag des Mordes. Frau D. Vazquez begegnet Jack Hammer von dem Wohnwagenstudio 2. Dann hat sie es getan. Sie hat Herrn Hammer von der Treppe auf den Zaun gestoßen. Genau wie Herr Hammer es selbst vor fünf Jahren gemacht hat. Wobei ich nicht sagen kann, ob es sie es absichtlich getan hat oder es ein Unfall war. Wow, ihre Haare haben jetzt Hörner. Anders ausgedrückt das Opfer Herr Hammer. Er ist so gestorben wie der andere Mann, dessen Tod er verursacht hat. Wie poetisch. Damals vor fünf Jahren. Genauso war es. Welch eine Ironie, nicht wahr? Ha! Ho, ho! Wie einfallsreich, Herr Freit! Einen Mann wie Sie könnte ich als Drehbuchautor brauchen. Okay, ich werde dran denken. Leugnen Sie, dass meine Darstellung stimmt? Hm, all right. Nur mal angenommen, Herr Hammer wäre tatsächlich bei einem Wohnwagen gestorben. Warum würde die Leiche dann nicht dort gefunden, sondern in Studio 1? Und dann auch noch im Kostüm des Bösen Rechters. Behaupten Sie etwa, ich hätte die Leiche bis ins Studio 1 geschleppt? Natürlich. Ja, Mucki nicht, aber der Van. Ja. Und wäre zum Wohnwagen zurückgekehrt und das alles in einer 15-minütigen Pause? Wie hätte ich die Leiche wegschaffen sollen? Die Pause des Meetinges dauerte 15 Minuten von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr. Hätte man Jack Hammer von der Treppe in den Tod stoßen und dann ins Studio 1 schleppen und in sein Kostüm stecken können? Dafür reichte die Zeit nicht. Hm, in der Tat. Nun, Herr Freit, wie hätte sich das mit der Leiche anstellen können? Dann? Sie konnte sie nicht bewegen, sie konnte sie bewegen, sie fahre einen anderen Weg. Und wenn sie eine andere Möglichkeit als ihre Arme hatte, die Leiche zu bewegen? Hm, ihre Mucki-Männer. Natürlich. Zum Beispiel? Naja, ihre Zerstörer zum Beispiel. Was das betrifft? Ja? Nichts. Kannst du ruhig ausspringen. Nein, ich bin ganz schmuck schmuck still. Sehr gut. Was das betrifft, musste sie das Verbrechen keinesfalls in 15 Minuten verüben. Und es gab eine Möglichkeit für sie, die Leiche zu transportieren. Interessant, dann lassen Sie mal hören. Okay, es war aber vor langer Zeit. Herr Freit, keine Märchen bitte. Zeigen Sie uns bitte, wie sie die Leiche transportiert hat. Ja, mit der Kamera. Nee, mit den Ben natürlich. Frau Vasquez, Sie schafften die Leiche zu Studio 1. Und Sie benutzen dazu den Studio-Van. Erinnern Sie sich an Ihre Aussage? Einschließend sollte eine Probe stattfinden. Deswegen begaben wir uns zu Studio 1. Ich war müde, also bat ich Sal, mich zu fahren. Dort war ein Van, okay? Ich bat Sal, mich zu fahren. Sie benutzten den Van, um die Leiche zu Studio 1 zu schaffen. Doch bevor die anderen dort eintrafen, steckten sie ihn ins Kostüm des Richters. Moment mal, Freit. Vergessen Sie nicht, dass Sal Manella den Van gefahren hat. Wollen Sie unterstellen, dass Herr Manella ihr Komplize war? Er macht doch alles, was du gesagt hast. Natürlich war er das, ja. Natürlich muss Sal Manella ihr Komplize gewesen sein. Die Leiche musste in den Van gebracht und in das Kostüm gesteckt werden. Frau Vasquez hätte das niemals alleine geschafft. Vergessen Sie auch nicht, dass Sie das Kostüm vom Steelsamreihe loswerden. Das war nötig, denn es war mit Herrn Hammers Blut bedeckt. Wahrscheinlich haben Sie es in der Verbrennungsanlage verbrannt. Und das muss gedauert haben. Nun, Frau Vasquez, soll ich fortfahren? Hm, nicht nötig. Sie sind gewichter als Sie aussehen, Herr Wright. Na, wie sind Sie denn Sie nämlich nicht vor? Hm, ich habe verloren. Sie haben gewonnen. Hat Spaß gemacht. Okay, das war jetzt ja irgendwie zu einfach. Ich habe gewonnen? Toll, ich habe sonst nie gewonnen. Hm. Äh, betretenes Schweigen. Hm. Hm. Nun, was passiert als nächstes? Hä? Hey, lassen Sie die Frage zeichnen. Haben Sie denn gar nichts zu sagen? Was wollen Sie denn von mir hören? Hä? Äh. Ich habe verloren, sowas in der Art? Hat sie doch gerade. Habe ich doch gerade gesagt. Moment, Sie wollen also sagen, die Vasquez, Sie waren es also? Sie haben Jack Hammer umgebracht? Ah. Hint gerade gestanden, ja. Irgendwie schon. Wer weiß. Wer weiß. Das bin ich. Wer weiß. Hä? Sind Sie sicher, dass ich es war? All right. Sie sind inmitten einem geistigen Kräftemessen. Mit dem Ergebnis, dass Sie bewiesen haben, dass ich Hammer getütet haben könnte. Genau. Aber, das ist nur eine Möglichkeit. Das auch zu beweisen ist ganz etwas anderes. Ihnen fehlt der entscheidende Beweis, Herr Wright. W-w-w-w-w-w-was? Ach, wir sind es nicht mehr so ruhig hier. Oh. Herr Atras, was meinen Sie? Ähm, äh. Natürlich ist es so, wie die Zeugin sagt. Ich glaube, mir ist gerade Nierenstein abgegangen. Gewiss ist es sehr wahrscheinlich, dass sie es war, aber der Beweis fehlt. Atras, ist Sie nicht sicher? Nun. Ich bin heute als Zeugin hier erschienen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, werde ich jetzt gehen. Ach, was mache ich jetzt? Äh, Sie waren es, Waskes. Sagen Sie doch mal aus. Keine Werte und Fragen. Ähm. Hm. Wir können doch noch das überweisen, überlegen. Ich denke mal, das Erste kann es nicht sein. Was bringt es denn, wenn wir jetzt einfach schreien, Sie waren es? Ja. Ich muss noch mal aussagen. Warum? Ich, ich möchte, dass Sie noch mal aussagen. Noch mal aussagen? Ich, man muss wissen, wann man aufgeben muss, Herr Wright. Denken Sie darüber nach. Selbst wenn ich noch mal aussagen würde, wozu denn? Ich kann nur das sagen, was ich bereits zuvor gesagt habe. Die Wahrheit, Herr Wright. Ich habe schon alles gesagt, was zu sagen ist. Was würde passieren, wenn ich das wiederhole? Äh. Sie würden dieselben Fragen stellen und dieselben Antworten bekommen. Reine Zeitverschwendung. Mist. Mist. So weit zu kommen, um dann doch zu versagen. Hm. Offenbar gibt es keine weiteren Fragen. Ich würde als Kreuzfahrer der Zeugin Frau Waskes gern beenden. Einspruch. Hä? Hm. Wird doch mal nützlich? Nun, Herr Edgwurst. Ich hatte gehofft, dass mir während des Einspruchs eine Frage einfällt, euer Ehren. Aber das war leider nicht der Fall. Geil. Verstehe. Na gut. Einspruch. Euer Ehren. Ich verlange, dass die Zeugin noch mal aussagt. Hä? Sie sind der Ankläger, nicht wahr? Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Ich bin doch Ihre Zeugin. Ich... Ich möchte einfach noch mal Ihre Aussage hören. Erscheint Ihnen das sinnvoll? Euer Ehren? Ich glaube, dass es uns nichts bringt, die letzten Minuten zu wiederholen. Herr Edgwurst. Auch ich sehe wenig Sinn darin, wenn Frau Waskes alles nochmal wiederholt. Worüber genau sollte sie denn nochmal aussagen? Nun, ja, äh... In der Tat, wahrlich, ich sage folglich. Ich möchte hören, was passiert ist, nachdem die Leiche gefunden wurde. Nachdem die Leiche gefunden wurde? Nun gut. Die Zeugin wird vor dem Gericht in dieser Sache aussagen. Hm. Ehrlich, was ist mit Edgwurst los? Nee. Warum hat Edgwurst... Wer weiß. Wahrscheinlich hat er auch erkannt, dass sie es war. Aber... Aber... War es nicht der, der gesagt hat, dass er immer eine Schuldsprache wird? Nach allem... Ich war mit Sal und Oldbeck, der Wachfrau, zusammen, als wir die Leiche fanden. Die Assistentin war auch da, nur Powers war nicht da. Bye. Ich rief sofort die Polizei, dann tauchte Powers auf. Die Wachfrau, Oldbeck, sie war sehr aufgebracht. Sie zeigte auf WP und schrie... Yes! Ich bat darum, mich aus den Ermittlungen rauszuhalten. Ich ging zum Wohnwagen zurück, um das Skript und die Regieanweisung zu holen. Dann gäng ich nach Hause. Ich glaub, ich hab was entdeckt. Mhm. Du auch? Ja, ich auch. Das Skript lag nicht im Wohnwagen, das lag im Studio 1. Nicht ganz. Sie hatten doch vor zu proben, also warum hat sich das Skript dann im Wohnwagen gelassen? Hm. Und es lag in Studio 1, nicht im Wohnwagen. Na, später aber. Ja, weiß ich nicht. Also, das Skript lag ja ursprünglich im Wohnwagen und wenn die eine Probe machen wollen, hätte sie es ja vornherein schon mitnehmen müssen. Eigentlich ja. Aber das hat sie da nicht. Ja, weil sie wusste, dass nicht geprobt wird, weil er schon tot war. Ja, das ist der Haken. Mhm. Ich denke, diese Aussage hat nichts Neues hervorgebracht. Ich bin eh doof. Darf ich mal anmerken, dass der Richter ziemlich bescheuert ist? Ja, das wird auch in den späteren Spielen nicht besser werden. Armer Kerl. Ja. Herr Freund, ihr Kreuzverhör. Okay, Nick. Wir sind nah dran. Richtig nah. Sie wird jetzt wohl eine auf hart machen. Aber wenn du ihr ordentlich zusetzt, wird sie sicher zerraspeln. Finde den Schlüssel und ringe die Wahrheit aus dir heraus, Nick. Okay, ich hole schon mal die Presse. Hehehe. Genau. Na gut, Baskes. Die Zeit, die Waffer-Oltra war sehr aufgebracht. Bla, 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 bla. Warum bat sie, dass sie aus den Ermittlungen rauszuhalten? Geht man zurück und greift das an. Das ist auch kein ordentliches Verhalten. Ja. Na dann. Sie baten darum, aus den Ermittlungen rausgehalten zu werden? Ja. Anscheinend sind alle anderen befragt worden. Und mir macht das wirklich keinen Spaß. Aber sie können doch nicht entscheiden, wen die Polizei befragt und wen nicht? Zum Glück ist das Studio der andere Auffassung. Ja, bestimmt, weil du deine Jungs da hinschickst, oder? Hehehe. Na, netterweise war ihnen klar, dass wir in einem Meeting waren. Und deshalb unmöglich in den Mord verwechselt sein konnten. Also haben sie uns gedeckt. Wurden sie von ihnen gedeckt oder wurde was vertuscht? Es muss wohl um einiges gegangen sein, wenn so viele hohe Tiere dort waren. Ihre Experten haben wohl alle überzeugt, dass ihre Befragung unnötig ist. Hm. Äh. Oh mein Gott. Das Skript und ihre Regieanweisungen? Ja, die sind sehr wertvoll. Sie sollten doch nicht gestohlen werden. Nein, natürlich nicht. Härte angreifen, 100 Pro. Moment mal. Ich dachte, sie wären wegen einer Probe zur Studie 1 gegangen. Warum brachten sie das Skript und ihre Notizen nicht mit? Nun, ich hatte den Eindruck, dass wir nichts proben konnten. Warum? Aha. Schließlich hatte es einen Mord gegeben. Aha, sie hat sich verhaspelt. Wer hätte danach noch ans Proben denken? Ach ja, nun, verstehe. Angreifen. Hm. Oh gut, Frau Vaskus, fahren Sie bitte fort. Ich erhebe Einspruch gegen die letzte Aussage. Hä? Denken Sie nach. Frau Vaskus hat gesagt, sie hat das Skript nicht dabei, weil die Probe ausfiel. Verstehen Sie denn nicht, was das heißt? Sie hat von dem Mord gewusst, bevor sie zur Studie 1 ging. Was für ein trauriger Tag, wenn das Edgeworth auffällt. Hm, ja. Und bei mir ist das auch aufgefallen. Jep. Oha, oha. Herr Edgeworth. Sie haben Ihre falsche Rolle. Was Sie gerade gesagt haben, ist eine vernünftige Feststellung. Was fällt mir schwer nachzuvollziehen, warum die Anklage so vorgeht. Oder denken Sie darüber nach, ob Sie als Verteidiger zu arbeiten. Ah, nein. Ich, ich weiß Ihre Bedenken zu schätzen, euer Ehren. Ich stehe jedoch zu meiner Äußerung, egal wie das Gericht meine Rolle sieht. Nun, Frau Vaskus, haben Sie eine Erklärung? Ich kann nicht fassen, dass Edgeworth mir hilft. Hm. Ja, vielleicht ist er besoffen. Hm. Die Anklage steckt also mit der Verteidigung und einer Decke. Welch ein Gericht. Nun, was soll's? Ich glaube, Sie haben mich missverstanden. Ich hatte einen Grund anzunehmen, dass die Probe ausfallen wird. Hm. Oh Gott. Die Zeuge wird Ihre Aussage dahingehend ändern, dass sie diesen Grund nennt. Hammer war verletzt und konnte keine Action-Szene drehen, deshalb ließ ich beides dort. Aha. Woher wussten Sie von der Verletzung? Wieso war Hammer verletzt? Ich dachte, Powers war verletzt. Das ist ja der Trick. Hm. Woher ich davon wusste? Ich weiß, dass Hammer ins Tilsamrei-Kostüm gesteckt hat und er hat ja gehinkt, damit es aussieht, als wäre Powers. Achso. Woher ich davon wusste? So. Er hat's mir gesagt. Das ist halt der Regisseur. Hm. Du musst etwas finden, was du dir anhängen kannst. Oder alles, was wir bisher getan haben, warum sonst? Ich glaube an dich nicht. Mach dich fertig. Alles klar, ich hol die Boxhandschuhe. Aha. Okay, also war Ankreim schon mal nicht das Richtige. Also müssen wir was präsentieren. Aber wieso Hammer? Powers. Ja. Hm. Sie wussten, dass Hammer verletzt war? Meinen Sie nicht, dass das etwas seltsam ist? Ich dachte, dass es der Stilsamrei war, der sich verletzt hatte. Es war Will Powers. Äh, was? Herr Freud, erklären Sie das. Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, Herr Hammer zieht auf diesem Foto seinen Bein nach. Aber das hat er gemacht, weil er Herrn Powers imitierte. I-imitierte? Eine Person hat sich beim Üben am Morgen verletzt. Diese Person war Herr Powers und nicht der Hammer. Warum glauben Sie also, dass Hammer verletzt war? Ah. Ich hab doch schon gesagt, dass Sani es mir erzählt hat. So war's. Er muss das verwechselt haben. Das glaube ich nicht. Herr Manella war ja bei der Probe am Morgen dabei. Er hätte gewusst, dass Powers sich verletzt hat. Denn er hat es selbst gesehen. Warum sollte er ihn die falsche Person nennen? Frau Vazquez, Sie verstanden Manella falsch. Sie sahen Hammer hinten. Herr창 wagst du Sud imくbun? Das war's. Wazquez, Sie verschwunden. Ich habe ihn sehen, wie sie es seitначих beenden.